kommen wir noch mal zum versprochenen soundcheck von innen ich habe hier auf jeden fall schon mal die möglichkeit über den klang auszuwählen habe jetzt hier für mich beschlossen das taugt für mich und wie sie das ganze anhört schauen wir mal das wäre jetzt ein radiosender für mich taugt das und eines der besten systeme die ich bis jetzt im volkswagen konzern in fahrzeugen hatte ok wenn es euch gefallen hat dann lasst doch einfach ein like da